Pssst Jawoll, meine! Na, was geht so? Nein, äh, sag mal hallo einfach. Hallo. Das war Blade. Jetzt ist gut. Ja, das mit... Scheiße, komm jetzt. Bei dem lagts ist es einfach so krass, dass er nicht mal hallo sagen kann. Ist echt so. Das lag... Ich bin nur grad und sch... Ich bin nicht. Bambus-Leitung for the win. Na gut, Leute, ich muss das ganz kurz erklären. Ich zocke hier Soundchaps. Irgendein Spiel, keine Ahnung, was das ist. Ich zocke es einfach. Ich hab null Ahnung, was das ist. Aber es sieht irgendwie krass aus. Ja, okay, ich muss sagen, es macht irgendwie Fun. Also, ich kann doch jetzt nicht viel erklären, weil ich aber null Ahnung habe. Das hier ist, glaub ich, Checkpoint. Ja, und wenn man ins Rot läuft, stirbt man. Aufs Grüne sterben die nicht, aber dann sind die betäubt. Äh, man kann... Also, man klebt hier so. Kleb, kleb. Wenn man viel drückt, dann kann man rollen. Also klebt man nicht mehr. Die Beschreibung, ey. Ist schon wieder zu geil. Ja, Mann. Soll ich sowas beruflich machen. Ist echt so, Mann. Klar, scuffen in Soundchapes. Das funktioniert natürlich bestens. Ist echt so. Da war's versteckt, Mann. Das hab ich auch geholt. Wieso machst du nicht gleich einen Free-Sexy-Noscope? Mach ich jetzt, Mann. In Soundchapes. Free-Sexy. Aufschwert. Alter, das muss ich holen. Ja gut, Leute, äh, musst du auch ganz... Alter, ich schrei förmlich. Weil diese Musik einfach ultra laut ist. Nicht schön. Geht vielleicht da dran, ähm... Keine Ahnung, ich kann die Sounds auch nicht einstellen oder so. Ich hab null Ahnung, warum. Ist halt so. Ähm... Nein, falls... Wollt ganz kurz noch mal... Kurz, kurz, ruff, 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 ruff. Nochmal, ähm, BO3 entsprechen. Ein guter Kumpel von mir. Heute First Nuklear geschafft. Juppt ihn einfach nicht. Achso, Blay, das weißt du auch nicht, ne? Kevin hat heute nur Nuklear geschafft. Ach, der ist ein 30. Ja, dank meiner Hilfe, ne? War's halt. Okay, keine Ahnung, was das war. Das war irgendwas. Ich hab's halt gemacht, ne? Weil ich's kann. Und dann würd ich sagen, machen wir das nächste Level. Ich hab null Ahnung. Kannst auch im Hauptmenü auf Dreieck Albumwahl machen. Da gibt's mehrere verschiedene Levels, sag ich jetzt mal. Achso, echt? Cool, danke. Ich hab so null Ahnung, was man hier machen muss, man. Ne, ich hab's noch ein bisschen angezockt. Abkommen. Aber die Musik ist irgendwie so übelst geil Beatbox, man. Schon, gell? Was, ich? Nein. Hä, was ist mit Gordon, man? Ich hör den gar nicht mehr. Keine Ahnung. Der hat seine Mom das Leitung gefressen. Nein! Das Ding macht mir Angst. Nein! Was? Ich hab das Level nicht, Leute. Bist du schwer? Hä? 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 Was? Oh mein Gott, ich reiz nicht. Warte. Jetzt hier Skaff. Ja. Das ist nämlich ein Skaff, Leute. Ich will nicht pushen, dass ich einen hab, aber Kevin, ich hab'n Skaff. Er zwar auch und Dom, ich hab auch einen. Einfach mal noch so angeben mit. Achso, blöd, blöd, ich hab'n Skaff. Ach echt? Nee. Ja, die tausend Mal, wo du's mir schon erzählt hast, hab' ich schon wieder voll vergessen. Da kann man natürlich auch noch sterben, ich hüpfe gegen jemanden und sterb dadurch. Okay. Alles klar. Hä? Was sind das hier für Radalen, Alter? Alter, sind die komisch. Skill? Einfach nur Skill, was man hier sieht. Reiner Skill, Leute, nennt man das. Einfach Boss. Ja, ist schon krass, was ich hier machen muss. Achso, wegen BO3. Ähm, ja. Ich muss sagen, das Spiel ist eigentlich relativ ganz geil. Und... Äh, ne, M8. Äh, M7A. Ne, M... M-A-7. Ne. Ich hab' keine Ahnung, wie die heißt, die Waffe. Jedenfalls ist die ultra mega krass geil. Sowas Geiles hat man echt... Wieso fällt man von da runter? Das macht für mich null Sinn, aber okay. Ne, jedenfalls ist die Waffe übelst krass. Wo fällt sie runter? Geil! Von der Wand! Ja, es gibt Wände, da kann's nicht dran haften. Ja, cool. Das sagt dir das Spiel im Tutorial, aber... Ich hab' das Tutorial nie gespielt. Dann ist klar, dass du null Ahnung hast. Liegt vielleicht daran, dass ich das Spiel auch noch nie gespielt hab. Nein! Oh Gott. Der Boss weiß, wie man das hier macht, Leute. Macht euch keine Sorgen. Also... Du weißt es nicht. Das kann gut wirklich sein. Ja, null Ahnung. Sagt's Gott. Ok. Oh, shoot me. Ich bin jetzt auch Sound Shapes. Du. Mach den Sound doch noch lauter! Bei mir raus, sorry. Nicht bei dir, bei jemand andern. Ich glaub, Blade zeigt auch gerade Sound Shapes. Ja, Mann. Ich hab' so'n Gefühl jedenfalls. Man, hört aber alles. Ich zeig' Sound Shapes mit einer AK, weißt? Mit deiner AK? Ok. Ich zeig' Sound Shapes mit einer AK. Ne, Mann. Nein! Lieber ein bisschen Far Cry. Das gibt's nicht. Oh, du spiel' Kickbeat. Das kann man auch holen. Was, 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 was? Was ist das? Alter, mach mal deinen Sound, Alter, Mann. Mach mal deinen Sound, Alter, Mann. Bies. Einmal Bies. Hä, was musst du hier machen? Hä, was war das für eine Seite? Hä? Oh, Crew. Ich verstehe nichts. Nichts. Gar nichts. Ja, komplett. Erzähl doch mal ein bisschen was. Was soll ich denn erzählen? Dass du da maki stinkst, zum Beispiel. Ne, du verwechselst mich mit dem Domi. Ja, das könnte natürlich auch sein. Das musst du langsam schon wissen. Ah, echt? Ja, ich glaub mir beide so gleich vor. Ja, wahrscheinlich. Blade und Yusef Fudu, ne? Hört sich schon gleich an, Leute. Klar. Das ist... Das ist genau der gleiche Name. Du bist ganz leicht umgewandelt. Ich komm noch nicht hoch, okay. Hilfen wir mal weiter? Ach, scheiße, Alter. Oh mein Gott. Ja, ich glaub das ist nicht. Scott, sag doch mal was, komm. Sag mal was ordentlich. Ja, genau, erzähl mal was. Wieso denn? Ja, du glaubst das auch immer zu viel. Ach, Mami. Scheiße. Und mein Handy von mir. Okay, alles 24-7 eingesammelt, aber trotzdem. Ey. Was ist das für ein Kack? Was ist was? Ich will jetzt da, oh, da scheiß mal drauf. Alles klar, ich fall von der einen Seite auf die anderen runter. Läuft bei mir. Nö. Und Toad Soundchips. Chilni. Nö. Kein Stückchen. Da spielt jetzt der größte Rotz. Ich denk mal, ich mach mal einen Valiant Hurts ein Gameplay. Schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr davon was sehen wollt. Weil ich feier das Spiel irgendwie ein bisschen. Ja komm, alles langsam. Biest. Ja genau, das machen wir natürlich auch noch. Also ihr werdet ein Gameplay von dem Fargreihe 4 sehen. Okay. Ich verstehe das hier spürlich. Ey, was ist das denn? Ich verstehe manchmal diese komischen Soldaten nicht, was sie für Probleme haben. Roboter! Rein da! Rein da! Ich will rein da! Hä? Was muss ich hier machen? Hä? Hä? Ich check's nicht. Ah! Viereck! Ich glaub das stand gerade im Menü. Ja Leute, so passt jetzt Chilni wieder auf. Was sind denn das für solche Dinger, Mann? Die machen wir... Hä? Hä? Ey, cool, sind die denn. Warte auf, die sind, der Kopf muss nicht nur hüpfen. Macht ja irgendwie Spaß auf jeden, hier in den Köpfen rumzuhüpfen. Oh mein Gott. Nein! Ich dachte, der kommt noch nicht mal runter! Hey Chilni, ich bin einfach der beste Granatenschütze, den es in dem Spiel gibt. Hä? Ich versuche einen Gegner zu sprengen, der 10 Meter vor mir steht und spreng mich selber in die Luft. Ja Leute, ich schaff's einfach. Easy win, man. Ich bin die rollende Kugel, man. Das kann man doch anders verstehen. Frag mal Squad. Wie kann man das verstehen? Unter was? Ich glaube, der ist gar nicht mehr anwesend. Scurry! Curry, Mann! Wo ist er? Leute, das Curry ist gerade weg, ich weiß nicht warum, aber naja. Der holt was? Ich glaube, er ist wieder ein bisschen in seinem Spiel versunken. Dann hört er nicht mehr zu. Ich mach einen übel so Biest-Mode. Ok. Zum Glück hat er uns gehabt. Nice! Achso Leute, BO3, ne? Ist eigentlich richtig geil. Wenn man's kann natürlich, ne? Also ich. Ach, jetzt weiß ich, wofür dieses Kästchen da ist. Ah Leute, sag das doch mal gleich mal. Du hast jetzt wieder ein neues rausgefunden. Ja, ich muss mir einen Keil irgendwo drauf schieben und dann... Ach, Chilni. Ja, geht die Tür auf. So, jetzt sind wir wieder da am Start. Die machen mir Angst, die Kunden. Die Kameras machen mir auch Angst, man. Die sind nicht gerade korrekt. So nicht. Wie kann man sowas hinkriegen? Sag mir mal bitte jemand, wer das hinkriegt. Kann wahrscheinlich wieder nur ich machen. Nein! Oh Gott, es geht. Ich kann's einfach. Ich bin aber Biest. Was zum... Nein! Doch! Ich bin Biest. Nein! 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 Er setzt sich ab und würde sagen. Aha! Alles klar! Nein! 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 Er ist eigentlich doch hoch. Hä? Ne Leute. Wie, wie kann ich das jetzt wieder da hochschieben? Kommt das mit mir? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Kann man das Level irgendwie zurücksetzen? Ja. Ich glaub schon. Nein! Nicht. Jetzt hab ich alles umgesetzt. Ach, Mann. Du musst einfach das Spiel beenden und nochmal reingehen. Ich hör mit. So, wo war ich jetzt bei der Order? Was sieht geil aus. Das sieht krass aus. Alter, der Beat, Leute. Habt ihr das gehört? Was? Was ist denn? Alter! Hä? Ich check aber gar nichts. Okay. Hä? Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Was ist das für ein geiles Auto, Mann? Ist ja krass. Was ist das für ein Auto? Ja, hey. Gibt's ein übelst krasses Auto, Mann? Was? Das sind Soundshapes? Ja, Mann! Das Auto haust du. Warum ist das Auto gefährlich? Hä? Was? Ja! Alter, übelst du die Rockmusik? Ja, ist nicht mein Fall. Ich meine auch nicht. Aber die Musik ist doch so krass. Ich hasse eigentlich sowas von Rockmusik, Alter. Aber trotzdem. Yodo! Oh. Ich glaube, du bist nicht der Einzige. Yodo! Yodo! Ich hasse eigentlich sowas von Rockmusik, Alter. Nein! Nein! Ich krieg's nicht geschissen. Nein! Akku, Alter. Das ist nicht Akku, Alter. Anruf. Nein, auch nicht. Primer. Hä? Okay, gut. Primer. Ich mach dann jetzt mal Physik hier. Uah! Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Und... Wollt ihr auch noch was sagen? Nö. 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 Hab gehört nichts zu sagen. Okay, gut. Dann sag ich einfach mal Schimmelde und wir sehen uns beim nächsten Mal.